Musik Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, wir sind heute Dein Maul, Alter, Leute, was geht? Ich mache wieder ein Video mit Thomas, Thomas sitzt heute bei mir am PC und darf mit seinem Account Fortnite spielen Ganz tolle Nummer, Leute, wir werden jetzt Folgendes machen, wir sagen jetzt einfach mal so dumm es klingt Ein Kill ist eine Gehaltserhöhung, ja, jeden Kill, den Thomas jetzt macht, wir spielen Gruppengehalte, Weil Thomas sich zu fein gewesen ist, Solo zu spielen, spielen wir jetzt Gruppengehalte, Leute Thomas erstmal 240 Hertz, das hast du, glaube ich, zu Hause nicht, das wird auf jeden Fall schon mal ein Erlebnis für dich werden Das ist viel, viel smoother und du wirst dich deutlich besser fühlen Ja, Thomas wird jetzt Pro Kill in Gruppengehalte 50 Euro bekommen, stirbt der allerdings bei Gruppengehalte, kriegt er 200 Euro abgezogen Das heißt, ich würde sagen, kann echt böse ausgehen, ne? Mein Gehalt ist ja jetzt gerade irgendwie X und das wird dann abgezogen von dir Ah, oh, das ist ein Gamble Werde ich aber nicht zulassen, weil so den letzten ein, zwei Monate, wo ich jetzt noch für dich arbeite, muss ich auf jeden Fall noch alles rausholen, was geht Ja, unfassbar, Alter, unfassbar Ja, Leute, wenn ihr Bock habt, Thomas zu unterstützen, der hat leider auch einen Kanal erstellt, deshalb arbeitet er auch nicht mehr bei mir, weil er seinen eigenen Schritt machen will Was ich vollkommen in Ordnung finde, ich will ihn umbringen Ähm, schaut auf jeden Fall gerne mal die Videobeschreibung vorbei, da gibt's auch eine Menge Müll zu sehen, absolut arschgeil Das ist los, nein! Okay, das passt tatsächlich ganz gut zu dem Video, was jetzt die Tage kommen, nämlich das mit einem der neuen Cutter-Kandidaten Das ist auch eine Sache, die sich jetzt schon ultra lange hin und her zieht, ist aber einfach gerade Zeit geschuldet mit 24 Stunden Livestream und so weiter und so fort Und not so cool, EP und behindert einfach, einfach Scheiße, so viel zu tun, ey Aber gut, okay Okay, okay Hä, hallo? Oh, das ist, ich darf, also Hast du gerade S gedrückt? Ich habe eh gedrückt, die Tastatur ist voll anders Mann Ja gut, okay, ich freue mich auf jeden Fall drauf, es wird auf jeden Fall ein günstiges Unterfangen für mich Ich habe mir das viel leichter vorgestellt Hast du das für ein Block? Hey, das ist ja mal Alter, voll geil Nee, irgendwie nicht, es ist irgendwie der Block, den ich mir... Oh, da ist eine blaue Pampte, gönne ich mir Rewi freut sich schon voll, ja Wird richtig günstig für mich, Alter Die Fahne nehmen wir auch nicht mit, oder? Warte, kann man die Tasten hier belegen? Nein, kann man nicht, die sind schon... Kann man ja... Da mache ich jetzt schnell, das ist wichtig, wirklich Digga, du verlierst halt wahre Zeit Ja, Digga, es ist wirklich wichtig Äh... 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 Das hat ja besser funktioniert, als ich gedacht habe Ah, da ist ein Snarkbar Mh, der treffe eh nix Da kommt die Zone auch schon Ja, den Slurp würde ich vielleicht noch mitnehmen, ne? Nicht, oder? Wenn die Zone jetzt Schaden macht, ist ja egal Ich, ich, nee, ich kill mich jetzt, warte Ah, nein, stimmt, dann ist ihnen ja gleich 200 Euro weg Nein, meine Taktik ist eigentlich, ich kill mich, dass sie schneller ins Gefecht kommen Aber dann bin ich ja gleich bei minus 200 Euro Ja, aber ich meine, höchstwahrscheinlich stirbst du Ach, nee, okay, stimmt Äh... Den Slurp an der Stelle gehabt zu haben, wäre nicht nice gewesen Ich bin auch überlegt, dass du trotzdem sterben wirst, Thomas Also, das läuft auf jeden Fall schon mal Nein, ich habe keine Menze mehr Ja, genau Gut, da... Das ist ja einfach... Da ist ein Rift Ja, nee, ist cool, also ist gut Das heißt, ich muss jetzt 400... Ich muss jetzt 4 Kills machen, um einfach nur auf 0 rauszukommen Boah, hat sich voll gelohnt Genau, also das ist schon mal ganz gut Bis dato hast du natürlich weniger Gehalt als zuvor Da vorne ist ein Gegner Ich glaube, der Gegner ist ziemlich lost Ja, das könntest du schaffen Jetzt sieht er ihn aber nicht Und er schießt... Nein, das war nicht mein Kill Ja, das ist natürlich schade gewesen an der Stelle Da war natürlich jetzt der Teammate schneller Mann, ich will Gegner Ah, da ist einer Mann Thomas, also jetzt... No, fett Ah Mann Er wurde gesloten, du hast ja noch 22 HP Thomas, es... Warum habe ich mich darauf eingelassen? Absolut beschissen Jetzt pass auf Also hier vorne links kommt, wie gesagt, ein Loot-Drop jetzt gleich bei dir runter Äh... Er ist ein Gegner? Ich weiß nicht Ich höre ihn Den Loot-Drop jetzt vielleicht einfach mal nach vorne links den Loot-Drop nehmen Guck mal, ich meine, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, dich zu healen Der ist direkt vor dir, der Loot-Drop Ah, also Hast du nicht gesehen? Nee Doch, habe ich Nimm den Slurp Nimm erstmal einen Slurp Glaub mir Äh... Ja, dann sind wir bei minus 400 Euro an der Stelle schon, Thomas Kann ich einfach gleich... Also... Ich meine, du hast noch ein bisschen Zeit, alles gut Du hast noch ein bisschen Zeit Ich meine, acht Kills wirst du ja wohl noch schaffen Ich glaube, bei zwölf Kills... Klar Den wirst du ja wohl holen, oder? Ja, der ist komplett Noob Ja, 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 ja Okay Nur noch 350 Schulden Minus 53 Euro Okay Wieso habe ich das Gefühl, dass du in diesem Zweikampf jetzt unterlegen bist? Oh, das war natürlich jetzt stark Jetzt bist du nur noch bei minus 300 Euro Ähm, es geht dir immer besser hier, Thomas an der Stelle Das ist ja schon ganz geil Mann Also, Thomas, der Typ ist wirklich lost Also, wenn du den nicht killst, dann... Schau den ein Ahhhh Ich kenne niemanden, der so eng wie du ist Ja! Minus 200 Euro wäre der Thomas immerhin Guck mal, da oben der Typ Ich meine, wenn du den snipest Ja, minus 400 Euro Das war ja voll das dumme Verhältnis Wer hat sich denn diese Regeln ausgedacht? Das warst du selber Das warst du selber Du hast gesagt, du möchtest das so spielen Ich habe gesagt, ja, okay, klingt fein Hallo, Fim Kannst du... Nee, also... Wahrscheinlich Also, Mauslike Minus 600 Euro Äh, äh, ist auf, Junge Ich habe das mir viel anders vorgestellt Thomas, also... Da wird die Miete auf jeden Fall knapp Äh Oh, Mann Junge Ich habe die Pumgarn Ich habe die Pumgarn Ich habe den kein einziges Mal getroffen, bis da Doch Nein, Mate, klau mir den nicht Mates, lass den mir Der wird sich jetzt beide holen Bitte Was ist das für ein Plap, Alter? Da vorne rechts von dir fliegt einfach einer Von der Karte, die kannst du ja wohl killen Ja Minus 550 Euro, Thomas Immerhin, das geht aufwärts Digga, ich hole mir das noch Ich weiß nicht, also... Ja Die sind ja einfach komplett im Sack Die sollten hier spielen, oder? Digga Also, was sind das für Menschen, Thomas? Sind das... Sind das Spieler, oder? Sind... Ja! Minus 500 Euro, immerhin, Thomas Ich meine, das läuft ja schon mal ganz gut Hä, aber das hat sich voll gelohnt jetzt Jetzt pass auf, Mann Rechts ist ein Slurp Also, du hast ein Schild Rechts von dir liegen Rechts Links Thomas Er ist hinter dir der Slurp Achso Da! Ah Ah, die ist leer Nein, Abstauber Aber ich habe eine Idee Die wirst du richtig nicht mögen Okay Du möchtest dich jetzt oben auf den Berg stellen Mit dieser komischen Sculpt da, ja Ja Gut Das Ding ist halt, hier haben sehr viele Leute im Sniper, also Und die Zeit arbeitet gerade gegen dich Also, es sind nur noch 100 Gegner, die sterben müssen, bis die Runde vorbei ist Also, ich will dir jetzt gar nicht zu nahe treten, Thomas Aber bei minus 500 Euro stehst du gerade Also, du kriegst natürlich jetzt weniger Gehalt als zuvor Ja, ja Und du hast auch nur 72 Schuss, also das ist eine absolut besch... Gede, tatsächlich Ähm Ja, gut Das sind minus 54 Euro Ja, ja Es geht, es geht aufwärts, ne Es geht aufwärts, auf jeden Fall Gut, die Idee ist natürlich gar nicht so schlecht gewesen Minus 400 Euro, Thomas Ich meine, zu laufen Mal schauen, ob du den wirklich noch los machst oder nicht Ich höre einen Ah! Du wirst halt von irgendwo gesniped werden Pass auf Da unten ist einer Ja Stark Den hast du abgestoppt Ja, ja Das sind minus 400 Euro nur noch, oder? Ja Die ist leer Oh, der hat den noch auf Uff! Oh, Alter, das waren natürlich jetzt Waren uns zwei sehr schwere Gegner, ne Das waren jetzt 100 Euro nochmal einfach oben drauf Du bist jetzt mal minus 300 Euro glaubt Stark Das ist auf jeden Fall schon mal gut Also, Thomas, du hast jetzt nur noch 300 Euro weniger gehalten Das ist echt gut, das machst du gut Nein, da bist du ein Bot Kannst du das bitte genauso herausarbeiten, wie wenn ich mal daneben schieße? Mann, wieso landet ihr mal bei mir? Oh, ja Das war es ja an der Stelle komplett Minus, ähm, 200 Euro Thomas Uff Warum? Ich meine Ja! Minus 150 Euro Und unter die rechts auch noch einer Ah, nice Alter, minus 100 Euro nur noch, Thomas Let's go, Alter Digge 15 Kills Auf geht's Das ist gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Also wirklich, das grenzt da eine geistige Einschränkung Weißt du, was ich meine? Ah, Gegner Das war ein Ghost Hit und du bist da auch wahrscheinlich Nein, ich muss abladen, ah! Sind das für ein Noob? Was hast du denn für ein Glück, Alter? Das kann nicht sein, oder? Das kann nicht sein Minus 50 Euro, Thomas Nice Das ist tatsächlich Wow Vielleicht haben wir so ein Noob verrechnet Nein! Ja, und da sind wir bei minus 250 Euro Und das ist genau das passiert, was ich gecallt hab Und zwar, dass du gesniped wirst, Thomas Aber ich hab noch ziemlich viele Kills rausgeholt währenddessen Also du hast ein Minusgeschäft gemacht, verstehst du, was ich meine? Ach so Wo ist der hin? Ja, also Ah! Minus 200 Euro Mensch Ist doch, ist doch gut, ne? Und es sind noch 30 Leute, die noch sterben müssen Noch 20 tatsächlich Also, Thomas, wenn du jetzt weniger Geld hier rausgehst, als du gekommen bist, dann ist das Die Scheiße Und du hast einen Schatz erfahren Nein! Der Druck ist tatsächlich ganz groß Es sind nur noch 9 Kills, die ich jetzt machen muss, hallo? Es sind nur noch, also 16 Kills insgesamt Ich weiß jetzt nicht, wie du da jetzt versuchst ranzugehen, aber Oh! Okay, minus 400 Euro Ist okay, ich sterbe Ja! Er hat sich selber gekillt Das ist tatsächlich jetzt minus 600 Euro Also, Thomas, das sind 600 Euro, die du für die Miete brauchen kannst Verstehst du, was ich meine? So, ich will dir ja nicht Ah! Aber ich zahl doch gar keine Miete bei dir zu Hause Du wohnst ja auch nicht mehr bei mir Ja, noch nicht Was? Geh da nicht rein Also Lass mir den Kill! Ja! Also wir haben gesagt, pro Kill 50 Euro und pro Tod nix, ne? Also das... Äh, ne Ja, ich meine, Thomas, jetzt 650 Euro weniger Gehalt Ja, ja, lass mal Ne? Das schmeckt schon Ich würde fast schon sagen, Thomas, weißt du was? Wir gehen da mit einem 0 zu 0 raus Du hast jetzt hier gerade die Chance Ich werde dir nicht 650 Euro weniger Gehalt geben Mann! Ne, das ist nett von mir Also du sollst dich eigentlich freuen Ach so, das ist mate Das ist dein Teammate Weil, jemand der so lost ist, den sollte man sich noch zusätzlich bestrafen Es ist nicht böse gemeint, Thomas, ich glaube es ist sogar nicht sehr ausgeneben Die hat mehr Spiele, Spaß hast du Warte, pass auf Okay, ja Achtung, jetzt kommt's Jetzt kommt Thomas Schöner 8er Shotgun-Hit Wird den nicht contesten, der hat einen echt guten Skin, wa? Also der hat einen OG-Skin Ja! Gewonnen! Wir haben gemacht, pro Win gibt's nochmal 1000 Euro obendrauf Also, nochmal, mein Angebot steht, Thomas Entweder wir ziehen das jetzt so durch, wie wir die Regeln besagen Oder wir sagen einfach, dass du hier nicht mehr bekommst Jaaaa Also ich, warte, ich verzichte auf meine Gehaltserhöhung dann quasi Genau, und brauchst mir auch nichts, dann kriegst du dann einfach das gleiche Gehalt wie gesagt Also, das war natürlich so nicht zu erwarten Thomas war der festen Annahme, dass er es so machen wollte Ich hab gesagt, hey, also Real Talk Hallo wirklich Thomas, warum gehen wir nicht in Solos und du spielst 3 Runden und die Runde mit den meisten Kills Und pro Kill kriegst du Das wäre ja auch 0 gewesen Die Runde mit den meisten Kills zählt da tatsächlich und du kriegst dann pro Kill 100 Euro Ich hätte mal gedacht, dass du so 800 Euro plus machst Aber 20 Kills 20 Kills, in dem Modus, das ist akzeptabel, sag ich mal Die losten, das war auf jeden Fall real Äh, Leute Mann Was soll ich sagen, wir werden dann noch ein Fortnite-Video bei Thomas hochladen, wo wir gemeinsam Duos spielen, hab ich gehört Ja und dann, pro jeden Kill, den ich mehr habe als du, gibt's dann Geld für mich Also wahrscheinlich wieder Minus Ja, genau Also, Leute Lass mich von oben da Das Video von Thomas ist auch in der Videobeschreibung verlinkt Und das war's davon dann an der Stelle Ich bin raus Schön, dass du hier gewesen bist Und ja, macht's gut, Leute 4-3 Stunden stream Ich kauf mir jetzt eine Rolex von dem Geld Du hast weniger bekommen Also du kriegst das gleich 21 Vita 4-3 Stunden stream, meine Freunde Ihr wisst Bescheid, macht's gut Bis zum nächsten Mal, tschau Bis zum nächsten Mal, tschau indo cosa Untertitelung des ZDF, 2020